Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück zu einer anderen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch. Und zwar hatten wir letztens auf ein Video von Knechtiger Specht reagiert. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wir reagieren auf jeden Fall heute auf ein anderes Video von ihm. Und zwar, was machst du mit deinem Leel? Eine YouTube-Kacke. Das ganze Video, wie gesagt, von Knechtiger Specht. Ich hab jetzt schon mal noch mal. Wir gehen rein. Let's go. Das Leben ist ziemlich beschissen, weil du deinen Schwanz immer in deine eigenen Geschwister steckst. Da krieg ich Saarland-Vibes. Aber der Original-Kanal ist über nice. Ist ja wirklich. Das wird über die YouTube-Kacke geschnitten. Ganz kurz. Muss aber kurz dazu sein. Knechtiger Specht ist aber auch ein gutes Beispiel. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf, Alter. Geiler Name. Ja, sorry, sorry. Es passiert aber ständig. Gibt es jemanden, dem... Okay, Alter. What the fuck, you're rare. Junge, sie pullt einfach die AK, hä? Du schon lange mal erschießen wolltest? Oder wartest du auf die Todesstrafe? Oder hast du deine Familie mit Corona angesteckt? Oder hast du einen fetten Steifen, du Spast? Es ist, als wolltest du herausfinden, wie groß der Durchfall ist, während deine Familie dabei ist, dich abzuschieben. Nein. Nein. Meistens bist... Nein. So ist es nicht gelaufen. Ich weiß nicht, von woher der Durchfall jetzt gerade herkommt, sage ich, aber... Ich komme von ganz weit unten, ey. Okay, Alter. Es ist also gar nicht so einfach herauszufinden, was du mit deinem Level machen willst und wie du deine AK-47 einsetzen willst. Es gibt... Achso, ich... Also ich wusste tatsächlich nicht, dass man im Leben mit einer AK-47 spawnt. Also das ist mir tatsächlich neu. Also dann war mein Spawn eigentlich... Also meiner hat dann einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht. Ich hatte eine P90. Junge, die gute P90, Alter. Wild. Immer eine Ablenkung. Deine Familie, Freunde, Krankheiten und Altersmüdigkeit und eine aufregende Sekte, Videospiele und Bücher und dein Sofa, auf dem ja auch mal jemand sterben muss. Schnell. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Oh Mann. Wieso denn? Bro, es passieren Dinge, ne? Allein wie dieses Flugzeug gerade runtergefallen ist, dieser Bonk-Sound, das hat auch schon gar keinen Sinn gemacht. Oh Mann, ey. Okay. Reden wir nicht drüber. Irgendwie. Das durchschnittliche Kurzgesagt-Publikum ist etwa 5200 Jahre alt. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm, so vom Ding her. Die Außen-Denkt verschwinden langsam. Oder du machst nichts von all dem und genießt dein Leben auf deine ganze eigene Art. Bro, what the fuck. Ey, Bro, ich hab gestern, actually gestern, ähm, nach dem Stream hatten Karo und ich noch ein bisschen gequatscht und so. Wir haben so über alte Fortnite-Zeiten und so geredet. Dann haben wir uns alte Fortnite-Clips angeschaut. Also, actually noch nicht zusammen, das wollen wir auch demnächst mal machen im Stream. Meine alten PS4-Clips wollen wir uns dann anschauen und so. Oh mein Gott. Aber ich hab mir alte Clips angeschaut von mir, sie hat sich alte Clips angeschaut von ihr und so weiter. Übergeil. Es war so, es war so geil, diese alten Erinnerungen an Fortnite. No joke. Ehrlich, ehrlich. No joke. Über nice. Vielleicht solltest du dich erhängen, damit du die Welt ein bisschen besser machst. Er meint ja in Minecraft zum Beispiel, oder? Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Okay. Das ist so immens wichtig, dass wir ein ganzes Video darüber machen wollen. Okay, Dicker. Okay, sorry, kurz gesagt. Sarah, sind wir einer von 20 Menschen, die sich dieses Video anschauen, wird mit sieben bei einem Autounfall sterben, was immer noch ein gutes Alter ist. Und zufällig bist du einer dieser Glücklichen. Dann hast du bei deiner Geburt sehr viel Pech geschenkt bekommen. Dafür blieben dir die Verantwortung und die Konsequenzen des Erwachsenseins erspart. Weil du dann stirbst? Wenn du 20 wirst, sind jedenfalls über... Bro, dieses Video ist... Dieses Video hittet gerade anders. What the fuck? Aber... 1.000. Ja? Es wird irgendwie... Es wird irgendwie immer trauriger. Es hat stark angefangen, aber es wird ein bisschen traurig. Das Video, das ist wirklich... Das fährt gerade mal ganz weit runter. ...deiner 5.000 Freunde von einer Leiter gefallen. Je nachdem, hast du jetzt bereits einen Job oder besuchst die Uni, die Uni. Wie viel SARS dir dieser Lebensabschnitt macht, ist völlig egal. Wal-Wal, ich fick ein Wal-Wanal-Regal. Digga, dieser Reimketten, holy shit, ey. Hast du nichts an der Uni gelernt oder willst nicht arbeiten, dann musst du anschaffen gehen. Aber das trifft natürlich für die Mehrheit der Leute, die dieses Video schauen, nicht zu. In den USA wirst du durchschnittlich ziemlich fett. In Deutschland nicht. Ja, okay, gut. Das ist aber real. Also, da kann man nichts sagen. In Japan bekommst du vielleicht die Todesstrafe. In Brasilien nicht. Leider geht diese Rechnung aber nicht ganz auf. Hast du dich an Social Distancing gehalten, konntest du plötzlich ganz viel... Aber vor Corona habe ich mich daran gehalten. ...Dinge nicht mehr machen, die vorher selbstverständlich waren. Scheißen, öffentliche Orte besuchen, anschaffen gehen, Freunde fickern. Dunkox war plötzlich sehr... Unge, der war eher, Alter. Er hat wirklich Samstagabend aber mal anders abgepullt. Sehr wertvoll. Lol. Deine Eltern zum Beispiel. Als Kind verbringst du quasi jeden Tag mit ihnen. Das wird weniger, wenn du dir als Teenager dein eigenes deutsches Reich erkämpfst. Das ändert sich so um die 20, wenn die meisten Leute auch in einem Pool ertrinken. Tag für Tag. Ohne wird es, solange ich 20, also in meinen 20er bin, werde ich jetzt keinen Pool mehr betreten, wegen diesem Video. Und ich glaube, damit sollte ich safe sein. Gewürfelt das Universum für jeden Menschen. Idealerweise haben nette Erwachsene auf dich aufgepasst. Oh, also. Ganz wild. Wow, ganz, ganz wild. Also, was war das für ein Turn-on-Video? Holy shit. Ganz gutes Video. Schaut bei Knechtiger Specht auf dem Kanal vorbei. Ich habe euch alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn euch die Reaktion gefallen, abonniere mich sehr, wenn ihr den Liken, Abonnement und Kommentar von schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.